Dann gab es eine Wahlrechtsreform und zwar am 18. November 1923 und man findet auch die Bezeichnung Legge Acerbo dafür und zwar, weil Giacomo Acerbo diese Wahlrechtsreform ausgearbeitet hat. Giacomo Acerbo war Anhänger, Mitglied der faschistischen Partei und seine Wahlrechtsreform sah jetzt wie folgt aus, es sollte diejenige Partei zwei Drittel aller Mandate erhalten, die die relative Mehrheit erhalten hat bei einer Wahl. Zwei Drittel der Sitze, das heißt 356 von 535 sollte diese Partei bekommen und die einzige Bedingung war, dass diese Partei, die auch die relative Mehrheit hat, mindestens 25% der Stimmen erhalten hat. Nicht alle Parteien waren mit dieser Wahlrechtsreform einverstanden, es gab auch Widerstand, beispielsweise bei den Linken, die dagegen votierten, auch die Katholiken, also die Populari waren eigentlich dagegen, allerdings enthielten sie sich letztendlich, gerade weil Papst Pius XI. an dieser Klärung der römischen Frage sehr stark interessiert war und Mussolini stellte diese Klärung und diese Lösung vor allen Dingen auch in Aussicht. Somit enthielten sich die Populari und das Gesetz selbst wurde dann zugestimmt durch Rechtsliberalen und Faschisten und auch der König hatte nichts dagegen und so trat dann dieses Gesetz in Kraft. Und die nächsten Wahlen waren dann bereits am 6. April 1924. Wir sehen hier mal nebenbei auch, wie Propaganda in dieser Zeit betrieben worden ist. Links eine Darstellung 1919, der Bolschewismus, der in Italien regiert habe und da war die Lira ganz schwach und jetzt unter dem Faschismus ist die Lira ganz stark. Also der Versuch aufzuzeigen, was der Faschismus denn an Positives für Italien gebracht habe. Und das am Beispiel der Währung. Jetzt schauen wir uns aber mal das Wahlergebnis an. Dazu noch zur Erklärung. Die Faschisten und die Regierung trat jetzt nicht in den eigentlichen Parteien auf, sondern es gab eine Einheitsliste, in der nicht nur Faschisten waren, sondern auch Liberale, um damit auch die Attraktivität für diese Liste selbst zu steigern. Diese Liste Nationale sollte dann 60,09% der Stimmen erhalten und damit auf 355 Sitze kommen. Dann gibt es noch eine zweite Liste Nationale, die auf 4,85% der Stimmen kommt und 19 Sitze einheimen konnte, sodass beide zusammen, sodass die Regierung letztendlich 374 Sitze erhalten sollte. Die restlichen Parteien kamen dann auf natürlich nicht so große Werte. Die Katholiken auf 39 Sitze und dann die anderen Gruppierungen, die Sozialisten, nur noch im 20er Bereich, auch die Kommunisten nur bei 19 und die sonstigen insgesamt auf 57 Sitze. Also damit hatten die Faschisten zusammen mit den Liberalen aus der Einheitsliste auch eine Zweidrittelmehrheit. Was waren jetzt die Gründe für diesen hohen Sieg der Liste Nationale? Und man kann im Grunde drei anführen. Das eine ist die Angst vor dem Bolschewismus. Also diese Angst war sehr stark verbreitet in der Bevölkerung. Und so wollte man lieber der Liste Nationale eine Stimme geben als den Gegnern, also den Linken. Dann hatte man natürlich noch den Squadrismo, also diese bewaffneten Faschisten, die immer mal wieder Jagd auf Gruppierungen gemacht haben und damit auch zu Einschüchterungen in der Bevölkerung geführt haben. Und dann hat man natürlich mittlerweile auch relativ viele Mitglieder in dieser faschistischen Partei. Es waren Ende 1923 780.000. Und da man zusammen mit den Liberalen koalierte, die eigentlich auch diese Mitte Italiens repräsentierten, konnte man also auch andere Bevölkerungsgruppen noch ansprechen. Das führt also letztendlich zu diesem hohen Wahlsieg. Aber es kommt in der Folge zu einer schweren Krise des Faschismus. Und diese gründet sich auf zwei Punkte, die letztendlich dann miteinander vermengt werden. Zunächst einmal gibt es eine Uneinigkeit in der faschistischen Partei zu verzeichnen, beziehungsweise man kann sie beobachten. Es gibt nämlich gemäßigte Nationalisten, die zumindest den Staat an sich so behalten wollen, also sozusagen keine radikale Umwandlung Italiens haben wollen. Und dann gibt es eben den radikalen Flügel, der einen neuen Staat fordert, und zwar einen Staat, in dem es eine Volksgemeinschaft gäbe. Eine Volksgemeinschaft, in der es keine Klassengegensätze mehr gäbe. Es soll die Bevölkerung stets politisiert werden, gerade auch, weil man Expansionspläne hatte. Den Aufbau eines italienischen Imperiums hatte man im Hinterkopf, und das sollte nur gehen, beziehungsweise ginge einfach besser, wenn die Bevölkerung ständig politisiert sei, und deswegen auch eine viel größere Bereitschaft hatte, in den Krieg zu ziehen. Es sollte einen neuen Menschen geben, der nichts mehr mit Individualismus oder Pazifismus zu tun hatte, und generell dachte man sozusagen bei diesen neuen Menschen und generell an die Römer der Moderne, weil man sich auch im Faschismus sehr stark an den Römern orientierte, die ja dieses Riesenreich hatten. Und das war sozusagen so ein Fixpunkt in der faschistischen Ideologie. Dann gibt es noch die Matteotti-Krise, die jetzt zu eben einer Verschärfung dieser Probleme im Faschismus führt. Am 10. Juni 1924 wird der sozialistische Oppositionsführer Giacomo Matteotti entführt, und zwar von Faschisten und auch ermordet. Und dieser Matteotti hatte vorher in einer Parlamentsrede die Umstände bei dieser Wahl angeprangert, denn er verwies darauf, dass es zu einer Vielzahl von faschistischen Gewaltsausbrüchen gekommen ist, die einfach zur Einschüchterung der Bevölkerung geführt haben, und er hatte das angeprangert. Er wurde ermordet, und das führte jetzt aber zu Empörung, sowohl in der Bevölkerung, aber auch in der Politik und auch in der Regierung. Man hat ja wie gesagt noch die Liberalen, und einige Minister boten jetzt ihren Rücktritt an. Dann, Abgeordnete wendeten sich jetzt ab von der faschistischen Partei und von der Regierung, und Ende Juni 1924 verlässt die Opposition geschlossen das Parlament. Mussolini versucht, die Lage zu beruhigen, und ernennt Luigi Fedazzoni zum Innenminister, aber man muss an dieser Stelle ganz klar sagen, Mussolini hätte gestürzt werden können, aber letztendlich führt König Vittorio Emanuele III. das nicht durch. Und warum? Und da spielt wieder die Angst vor dem Bolschewismus eine Rolle, denn auch der König hatte die Sorge, dass eine Absetzung Mussolinis dazu führen würde, dass genau die Gegenseite erstarken würde, also die linke, die extreme linke, der Kommunismus, und das war für ihn selbst noch schlimmer, als einen Faschisten an der Macht zu haben. Das war für ihn also ganz schlimm, wenn das passieren würde. Und das Zweite ist, dass er sich an den autoritären Herrschaftsstil gewohnt hat, der ja für ihn auch nicht unbedingt so von Nachteil war. Und somit wird Mussolini nicht abgesetzt. Aber trotzdem war damit die Krise nicht überwunden, denn jetzt hatte man ja immer noch diese Uneinigkeit in der Partei selbst, und am 31. Dezember 1924 stellt der radikale Flügel Mussolini ein Ultimatum. Entweder er stellt sich auf ihre Seite, oder dieser radikale Flügel wird auch Mussolini absetzen. Und am 3. Januar 1925 gibt es dann eine Parlamentsrede, eine Rede von Mussolini. Und dieses Datum ist eigentlich dann der eigentliche Beginn der Faschisierung. Man hat zwar vorher schon einiges in Richtung Faschisierung gemacht, aber dieser radikale Flügel sollte sich zunächst einmal durchsetzen, und jetzt sollte das Ganze viel schneller und viel gezielter gehen. Mussolini hatte sich auch versichert, dass Armee und Polizei hinter ihm stehen. Was passiert in der Folge? Oppositionelle werden verfolgt, egal welcher Partei sie angehören. Das waren auch Katholiken beispielsweise. Aber vor allen Dingen Sozialisten und Kommunisten sollten verfolgt werden. Und dann ist es auch noch so, dass jetzt innerhalb der Partei bestimmte Posten ausgetauscht worden sind, und zwar mit Personen, die stark Mussolini-treu sind, von denen Mussolini wusste, dass sie nicht wankelmütig seien. Und das sind beispielsweise Italo Balbo, man kann ihn links sehen, Roberto Farinacci und Dino Grandi. Dieser Farinacci allerdings sollte nicht so lange den Parteivorsitz haben, er sollte ihn im April 1926 auch wieder verlieren. Weiterhin werden jetzt Organisationen gegründet, die die Bevölkerung, und zwar die Massenbevölkerung, ansprechen sollten. Berühmt sind die Opera Nationale Dopo Laboro und die Opera Nationale Balilla. Diese beiden Organisationen werde ich im folgenden Video etwas genauer betrachten, zumindest etwas ausführlicher als jetzt hier. Ich will sie aber nur mal andeuten, dass also jetzt Organisationen geschaffen werden, die große Teile der Bevölkerung ansprechen sollen. Man wollte die Bevölkerung also auch einbinden in diesen faschistischen Staat. Das war natürlich auch ganz wichtig. Man wollte, wie gesagt, auch die Politisierung der Masse erreichen. Und damit musste man der Masse auch was bieten. Dann gibt es in dieser Zeit aber auch eine größere Anzahl an Attentatsversuchen auf Mussolini. Ein erster Attentatsversuch wird von einem früheren sozialistischen Abgeordneten vollzogen, Tito Zaniboni, am 4. November 1925. Dieser Attentatsversuch, das ist klar, wie alle anderen scheitern letztendlich, aber gerade dieser Attentatsversuch hatte jetzt doch einige Folgen, und zwar politischer Art. Es wurde eine Geheimpolizei gegründet. Die Abkürzung dafür ist OVRA, falls man das mal in der Literatur sieht. Und es gibt jetzt auch einige Gesetze, die infolge dieses Attentats beschlossen werden. Beispielsweise ein Verbot der sozialistischen und kommunistischen Partei. Die polizeiliche Kontrolle aller Vereine und Oppositionelle werden jetzt viel härter bestraft, oder man kann ihnen zumindest härtere Strafen androhen. Oft waren ja die Oppositionellen in der Zeit schon emigriert, aber man drohte ihnen mit dem Entzug der Staatsbürgerschaft und des Vermögens. Das konnte jetzt also infolge dieses Attentats geschehen. Danach gibt es auch noch ein paar interessante Gesetze, die auch wichtig sind. Am 24.12.1925 das Gesetz über Machtbefugnisse des Ministerpräsidenten. Und damit war es der Regierung und dem Ministerpräsidenten möglich, ohne Parlament zu regieren. Es gab dann am 31. Januar 1926 das Gesetz über die Machtbefugnisse der Regierung, und zwar im Hinblick darauf, wenn man Rechtsnormen erlassen sollte. Es gab dann auch noch am 3.4.1926 etwas in Richtung Wirtschaftspolitik, was wir betrachten sollen. Und zwar das Gesetz über die kollektive Arbeitsbeziehung. Und zwar werden da Konfederationi gegründet. Und das bedarf jetzt doch einer kleinen Erklärung. Diese Konfederationi waren Berufsverbände, die gegründet worden sind. Dort waren Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen. Es wurde jetzt für verschiedene Berufszweige so eine Konfederationi gebildet, die in Kontakt mit der Politik standen. Man spricht dann im faschistischen Italien von einem korporativistischen Staat. Diese Kooperationen kann man sich im Grunde, falls man das nochmal ein bisschen anders sich darstellen möchte, so vorstellen wie eine Handwerkergemeinschaft, wie die Gilde oder die Hanse im Mittelalter. Da haben sich ja auch die Berufstätigen eines Berufszweiges zusammengetan. Und genau das passiert auch. Insgesamt werden im faschistischen Italien 22 dieser Konfederationi gebildet. Im April 1927 gibt es dann auch ein Ministerium dafür, das Ministero delle Cooperationi und letztendlich auch noch die Carta del Laboro. Aber das fällt jetzt schon außerhalb des Zeitraums, den wir betrachten wollen. Wir schauen nochmal kurz auf die Attentatsversuche, die ich angesprochen hatte. Ich hatte ja gesagt, es gab einige. Am 07.04.1926 ein weiteres von Violet Gibson, einer Irin. Auch dieses schlägt natürlich fehl. Am 11. September 1926 eines von Gino Lucetti. Auch er, also er war Anarchist. Aber, und das muss man vielleicht mal ergänzend sagen, zu den bisherigen Attentatsversuchen, Keiner der drei ist infolge des Attentates irgendwie ermordet worden oder zu Tode gekommen. Anders dann schon bei Anteo Zamboni am 31. Oktober 1926. Das war, das Bild täuscht jetzt ein bisschen darüber hinweg, aber er war nicht alt, er war erst 16 Jahre alt, auch Anarchist. Und wurde bei dem Attentatsversuch dann auch getötet. Und dieses letzte wichtige Attentat in dieser Zeit hatte jetzt auch wieder politische Folgen. Und zwar wurde jetzt die Todesstrafe eingeführt. Und zwar bei Attentaten auf das Königshaus oder auf den Ministerpräsidenten, also den Regierungschef. Und es wurde ein Sondergerichtshof errichtet, der sich mit genau diesen Fällen befassen sollte. Damit haben wir jetzt die Faschisierung Italiens im Grunde durch. Es gibt dann in der Folge natürlich noch weitere Umwandlungen. Aber jetzt 1926 hat sich der Faschismus nicht nur etabliert, sondern ist auch relativ gefestigt. Und es folgt jetzt ein Zeitraum, rund 10 Jahre sind das, in denen es ruhiger zugegangen ist. Und von denen auch Renzo de Felice mal schreiben sollte, es war eigentlich die Zeit des Konsenses. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns dann im nächsten Video dieser Videoreihe genauer an. Und das Ondernhof. Und das ist es. Untertitelung des ZDF, 2020